naja kann nichts machen aber ich habe wieder alles alles da wenn jetzt hier eine hochkommt schieße ich einfach eine ab also stehen und wieso sind jetzt unten reingekommen das ist ja echt nicht nur mal was da unten auch ein paar blöde fische die zumbies gesundheit ist wenigstens wieder voll ich bin jetzt hier oben 2 28 das ist das einzig blöde dass man jetzt hier in der nacht eigentlich rumsteht weil kämpfen gegen so eine masse zumbie keine chance die man mit platten und der gott mode und kreative mode scheint noch nicht zu funktionieren weil sie die tasten g und g nicht darum hauen sich meine menschen kaputt dass meine menschen ruhe ich weiß wer das ist torben der depp von minecraft aber ich bin auf meinem dach hier bekommst du mich nicht und wenn du kommst dann schieße ich komm her komm her komm her das wir sehen gott also damit kriegt man auch kein zombie kaputt damit schon eher Achtung jawohl so muss ich das angehen die mann da unten alles kaputt die mann alles kaputt naja ich bleib hier stehen und mach einen Moment draus halb 6 die sonne geht langsam auf wieder im westen hab gedacht vielleicht ändert sich das ja aber nein wie ihr seht dort hinten wird es langsam ein wenig heller so aber ich glaube noch brauche ich nicht runter gehen da hinten sehen wir immer noch den mond ich glaube ich muss warten bis der weg ist oder zumindest mal so lange warten bis die sonne zu sehen ist man hat ja vorhin gesehen was mal rauskam wie ich da runter bin zumindest hab ich diesmal gleich zwei Schrotteln in meiner leiste so 7 Uhr ich warte noch ungefähr bis 7.30 Uhr dann mal warten bis die unten ein wenig ruhiger geworden sind wir haben alle Läster unten kaputt gemacht hier also ich muss feststellen ich muss meine Sachen alle hier oben rein machen unten brauche ich nichts zum da gehen also die sonne ist aufgegangen ja kommt die für eine sonne hier ist keiner zu sehen das ist schon mal gut hier ist keiner hier ist keiner hier ist einer Da waren wir noch ein paar. Da kommt jemand hin. So nicht meine Freunde. Wieso kam der von hinten? Hier ist aber nirgends wohl ein Loch. Das heißt wir müssen hier erstmal wieder zumachen. Den hier holen wir uns raus. Und setzen ihn wieder ein. Den Stein gucken, ob wir uns den auch rausholen können. Dann setzen wir auch ein neues Teil rein. Vielleicht können wir den auch wieder einsetzen. Äh nein. Okay dann müssen wir dieses da rein machen. Dann machen wir uns mal wieder unsere Tür auf. Das war ein Stück Stein. Okay. Dann haben wir noch ein paar von unseren schönen Fallen. Ja. Zwei Stück. Ähm. Wo waren denn unsere? Ja. Ja. Ne. Achso ich hab nicht mehr genug. Okay. Was kommt alles da oben rein? Das war's. Mehr hab ich nicht. Hm. Geil. Dann holen wir uns ein bisschen Holz. Holz, 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 Holz. Da ist nix drin. Okay. Dann fällen wir uns an den Baum. Komm Bäumchen. Stein Holz machen. Juhu. Gleich ist er kaputt. Und dann aber schnell zurück. Weil ich ihn auch drüber habe. Ich hab' noch drei ein. Drei Stück Holz. Ist echt ein Witz. Die bringen echt nix. Ich muss die hier da. Bleibhauen. Was ist denn hier? Ein Rucksack. Nichts drin. Sehr schön. Oh. Glaub ich muss mal gucken, dass ich irgendwie nix machen kann. Mal gucken wie das geht. Oh. Ja. Das ist doch gut. Holz ist ja sehr schön. Ja. Da haben wir Holz. Da haben wir auch noch Holz. Und da haben wir dann... Erde. Oho. Na. Da wollen wir das natürlich schneller machen. Sehr gut. Juhu. Hier sind noch... Laubähnen. Laubähnen. Und... größere Themen. Ich glaube... Da haben wir noch mal dran. Und nun bin ich auch kaputt. Guck. Perfekt. Was haben wir denn hier schönes? Was haben wir denn hier schönes? Ja. 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 Na ja. Okay. Na wir sind mal auf der Rame schon dran. Warte mitnehmen. Was musst du denn da reinnehmen? und hier was ist hier drin ja da ist noch ein baum so kann man natürlich auch Bäume fällen Bäume fällen mit Gewehr das macht spaß es war einmal ein Zombie die hat irgendwas einstecken lassen alles mitnehmen können wir alles gebrauchen das ist unser Häuschen man sieht schon da oben haben sie auch Benzer kaputt gemacht also muss ich schon mal den ersten Stock hoch muss da ein bisschen was reparieren kann ich leicht mit dem Ding her hier ist auch wieder zu hier haben sie auch kaputt gemacht das Fenster habe ich noch Holz hier habe ich noch Holz einstecken sehr gut Zool ja gut sehr gut das ist das denn überhaupt nichts alles klar alles klar ich will das auch kaputt kaputt kriegen das nicht sicher aber wir müssen über die Musteruhe okay wir brauchen eine Axt die Axt wir brauchen eine Axt wir brauchen eine Axt und da brauchen wir hier auf jeden Fall ein bisschen Holz da brauchen wir auf jeden Fall nichts Ja, das sieht gut aus. So, 13 Uhr, Bahn 50. Wo wir noch nicht drin waren, war hier in dem Haus mit der Garage. Nehmen wir alles mit. Wo wir gucken, ob wir den Eingang hämmern können. Geht gut aus. Da ist der Eingang. Nette Sachen, was ist das denn? Eine Rakete? Eine Raketenwärme. Ich drehe ab. Eine Rakete und Raketenwärme. Hm, eine Rakete. Oh. aber es ist überall nix interessanter zu nehmen was nehmen wir noch mit? hier müsste es doch bestimmt auch irgendwo hochgehen ich habe mich nicht ich habe mich nicht ich habe mich nicht Was ist das, was hier da im Weg ist? Das ist natürlich auch super. Aber wir haben nichts anstecken, okay. Oh, Mist. Was sagt uns das? Kaktus macht Au. So, wo geht's hier hoch in den ersten Stock? Hier bis jetzt nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Man muss da irgendwo hoch gehen. Oder? Ne, man hat keinen ersten Stock. Das Haus ist nur hier unten. Okay. Na gut. Dann eben nicht. Oh, alles mit mir. Gott. 16 Uhr 28. Bald wird's schon wieder durch. Oh, das ist mein Häuschen. Hier ist nur ein Haus, das ich nicht kenne. Oh, ich glaube, hier waren wir auch schon drin. Na, ich glaube, hier waren wir schon drin. Aber wir gucken sich der Zeug noch mal nach. Oh, das ist nichts Tolles hier. Ich gehe nicht mal her. Auf dem Dach waren wir glaube ich auch nicht. Okay. Oh, alles mitnehmen. So. Auch alles mitnehmen. Na. Alles mitnehmen. Na. Alles mitnehmen. Ja. Oh. Da oben ist ja auch noch was drin. Oh. Schön. Kann man auch brauchen. So bin ich eben. Ich brauche immer alles. Na. Dann machen wir uns jetzt ab nach Hause. Machen die Tür wieder zu. Ja. Alles klar. Ja. Ja. Ich muss ja sagen, dieses Spiel ist sehr rügellastig. Was war das? Keine Ahnung. Also ist mehr Kämpfen wie Buddeln und Bauen. Nein. So, dann brauchen wir. Und die Blinks nehmen. Nein. Das brauche ich. Nein. 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 Da ist es auch nicht. Das ist bald, man. manchmal ist mir immer weg, wie das hier 18.31, ja dann wird es Zeit, dass wir hier die Tüte machen wunderbar das Dach hoch und die Sachen in Sicherheit bringen unseren kleinen Vorratsspeicher so und wir sind ein bisschen gemütlich hier oben am Dach oh, Sub-Machine Gun das ist natürlich auch was Rocket Launcher ja, das sieht doch ganz gut aus was kann man denn hier reinmachen? noch ein bisschen was von dem zeigst du? ja, ja, alles weg falsch ich drücke mal auf den Falle Knopf ja, jetzt warten wir noch kurz bis es nacht ist und dann reicht's weiter ja ja also alle die die der Was ist denn da überhaupt? Soll ich die Dinge jetzt machen, aus denen krieg ich sowas nicht raus. Ja und daraus kriegen wir jetzt die Sticks und daraus kriegen wir jetzt die Schadensticks und daraus kriegen wir jetzt die Spikes. Sehr schön. Und noch mal zusammen ein paar. Jupp. Hat alles abbreitet. Und jetzt. Drei, vier, fünf, sechs, eins. Und das war's. Ich habe jetzt ein Stück, das ist gut. So, die wieder einsammeln. Ich glaube die Zombies haben draußen gerade ein Schwein getötet. Und das ist gut. Und das ist gut. Drei, vier, fünf, eins. Und da sind wir jetzt. Ein Stück, das ist gut! Aber dann hat er sie sich nicht mehr so gut gegangen sind. Das ist gut. Und das ist gut. Und da ist es gut. Und da ist die Bühne jetzt zu tun. Und da ist sie ja. Und da ist es gut. Und da ist es gut. Das ist ja so gut, was ich? Ja, ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich glaube, ich bin so gut. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. und 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 Jetzt sind wir hier zu viel, da muss ich hoch auf mein Dach. Jetzt kommt nach oben aufs Dach. Komm schon, komm schon rein. Heute sind wir nach dem Dach, sehr gut. Komm schon rein. Ich mach mich hier immer nicht mehr weg, oder? Hier nicht. So nicht. Das wäre nicht Wunderfall. Und hier fallen wir eine ganz, ganz freie Idee. Okay, dann bleibt nichts anderes, die Böschung aus diesen Stausen ausdoben zu lassen. Und jetzt... Pause machen.